Unharte Frechheit. Mach nichts mehr für ihn. Extraorbitale Ansprüche. Schick Married Zones. Ich hoffe, ihr baut einen Unterlust. Schick Breitenberg. Ja, ich hoffe, du wirst heute keinen im Club aufreißen. Die Arschloch! Oh, Breitenberg, das war aber schon hart. Das war unter die Gürtellinie. Hoffentlich ist das Wort. Kann das Ding jetzt nicht explodieren? Oh Herr des Feuers, bitte helfst du dir. Eigentlich nicht, aber... Oh Herr des Feuers. Was ist dein Rekord? 13. 13? Das schaust du. Bro, das hört sich leicht an, aber ich bin Opfer, Mann. Ich kann das nicht. Stell dich aus, wir können hier reden ein bisschen. Ich will da hoch, wo ich runterspringen kann, Mann. Was mache ich denn? Oh, jetzt ist es. Clip. Clip. What the fuck, was ist denn jetzt los? Nein, nein. Das ist das unerflichste. Ja, Armano, kannst du mal vielleicht schauen? Irgendwas stimmt mit dem Quad nicht. Tja, abgeschlossen. Ciao, ciao. Digga, wisst ihr, was ich machen wollte? Wisst ihr, was ich machen wollte? Ich wollte sein scheiß Motorrad klauen und er mit dem Motorrad wegfahren. Er hat mich komplett hops genommen. Jungs, wartet, wartet kurz. Ich habe noch was vergessen, Jungs. Ich habe noch was vergessen. Wutzbach, das ist dein Blatt dort. Alles gut, Mann. Alles gut, Bruder. Alles gut. Ich tue das zu deinem Guten. Ich tue das zu deinem Guten. Entspann dich, Bruder. Entspann dich. Ich tue das zu deinem Guten, Wutzbach. Ja, du sagst doch. Hey. Ja, Bruder. Scheiß auf dem, Bruder. Ich hab's getan. Endlich. Endlich. Aber Bruder, warum habe ich den gerade nicht getroffen, hä? Ey, ey, Maro, kannst du auch mal deine Cappy ausziehen? Warum? Das sind alles meine Söhne, Alter. Ey, Mann, Alter, ich will get... Oh, shit. Alter, scheiße. Hast du irgendwas getan, von dem ich nichts weiß? Was ist das denn, Bruder? Noch mal, sag ihn. Was ist das denn, Bruder? 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 Hey, hey. Jürgen, wie lachst du eigentlich? Komm, singen wir doch klar. Zeige, du hast gerade noch gesagt, der will sich in deine Familie einzecken. Na, guck mal, was du mit seiner Familie gemacht hast. Meine zwei Basterzonen sind schon her. Ey. Das bist du ja alles in der Meinung nach. Was, ich hab's dir nicht gehört? Was meint sie? Alles gut. Ich küss dir jetzt. Herr Baron. Und ich jede Puppeherze. Sie meinen meine Kali-Pupertse. Soll ich Ihnen einen Kali drauf tätowieren? Wenn ich dann rein darf, lasse ich mir das machen. Dann aber auf die Klöten, meinem Freund. Direkt auf die Eier. Wer diesen Schmerz überstehen kann, der ist wahrhaftig ein Kali. Alles klar. Das ist ein ordentlicher Schlafrhythmus, wenn ich schwach bleibe, weißt du? Na gut, dann zieh durch. Ey, fahr mal kurz mit meinem. Meiner lenkt sich so krass in den Kurven. Wie Butter. Butter. Ja, wie Butter. Ja okay, das mit den Bremsen ist doch nicht so schlimm. Bro, die Bremse ist die Hölle. Deine? Nee, die hier. Und dein Butter. Ja, ja. Ja, also es ist ja ein Geschäft, was wir haben. Ach, dieses Logo leuchtet sogar, ja? Und Neonfarben da mit eingebaut, ne? Auf jeden Fall. Boah. Ich sag dir so, der hat schon keinen Bock mehr, Bruder. Merkst du, wie bedient war? Ja, das haben wir schon immer gehabt, das ist eine Fals-Version. Wenn du wüsstest, ist es bei Rommel und ich gerade Zeit, ne? Nein, nein. Ja, so Kirsche. Boah. Boah, was ist das denn für ein Brunnen da, ja? Achso, yeah. Boah, das ist ein, was ist das ein Cage? Ja, ja. Ey, Dimi, ich kann mal jetzt wieder. Boah, habt ihr ein Anwesen oder ist das ein Freizeitpark? Ja, alles gut, ich weiß, mal Anwesen. Hier ist halt quasi... Offener Vollzug. Wüsst ihr, boah, mal eine Bar und so alles. In eine kleine Bar, ja? Blascheis. Hier so ein bisschen was zum Aufwärmen. So, die Damen. Wo hast du meinen Cola, Hansi? Wolle, es lenkt nicht. Wolle, es lenkt nicht, es hat nicht gelenkt! Aber es ist in Ordnung. Ui, nein. Ui, ich... Nein, 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 nein! Alles gut. Ich weiß nicht, was du hast. Hast du Kopfschmerzen? Nein. Ich habe kurz eine Abkürzung genommen, die sogar nicht so schlecht war. Wartet, 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 wartet nicht rein, nicht rein, nicht rein. Waii... JA MAN! JA! JA! Wer sind die? Warte, 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 warte. two auf, sie ist nun, sie ist nicht rein. Da bist du, hab ihn, hab ihn, hab ihn. JA! Hut die raus, hut die alle raus. JA! JA! Ja, die各á! Okay, was ist los? Ja, ob du schon Bescheid weißt. Und was? Okay, was ist los?